Hallo Benjamin Strecker, was ist schwerer, auf Knopfdruck zu weinen oder zu lachen? Zu lachen. Mach mal. Früher Vogel oder Nachteule? Früher Vogel. Was ist dein Must-Have am Filmset? Das Drehbuch. Bitte vervollständige, mein Leben ohne Soko wäre? Sehr viel ruhiger. Wiener Prater oder Cannstatter Vasen? Wiener Prater, tut mir leid. Was ist dein Lieblingswort auf Schwäbisch? Schorfsäckel. Wo ist dein absoluter Lieblingsplatz in Stuttgart? Der Schlossgarten. Essen gehen oder selber kochen? Essen gehen. Und welches Gericht dann am liebsten? Eine wirklich gute Pasta. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stuggi TV trifft. In den Zeiten von Corona sind Interviews vor Ort gar nicht so einfach und deswegen sind wir umso froher, dass wir heute mal wieder von vor Ort berichten können. Heute vom Set der Soko Stuttgart. Und bei mir ist Benjamin Strecker, der in der Serie die Rolle des Rico Sanders spielt. Hallo Benjamin. Hallo, schön hier zu sein. Dankeschön. Wir freuen uns sehr. Hi. Du bist 1982 in Filderstadt geboren. Wieso hört man denn bei dir den Schwaben so gar nicht raus? Also erstmal glaube ich, war das meine Form von pubertären Protest, so ein bisschen versuchen, sich von den Eltern abzugrenzen. Ich hatte sonst nicht so viel, wogegen ich so revolutionieren konnte. Und das war so eine der wenigen Möglichkeiten. Und dann natürlich in der Schauspielschule, Sprecherziehung und so weiter. Okay. Deine erste Filmrolle hast du auch in einem Krimi in Stuttgart gespielt. Damals noch im altehrwürdigen Tatort mit Hauptkommissar Bienzle. Wie kam es denn dazu? Uff, ich wurde einfach besetzt. Also ich wurde angefragt und besetzt. Das war total solid und langweilig. Okay, okay. Welche Rolle hast du denn da gespielt in Bienzle und der süße Tod? Oh, ich meine mich daran zu erinnern, eine winzig kleine Rolle, ein Zivi, einem Rettungswagen. Okay, okay. Und du bist zum Studieren damals nach Wien gegangen. Was hast du denn aus deiner Zeit in Österreich mitgenommen so für dich? Oh, viel. Erstmal natürlich meine handwerkliche Ausbildung. Ich danke dem österreichischen Steuerzahler dafür. Ich habe, oh Gott, das war eine wahnsinnig prägende Zeit. Das waren vier tolle intensive Jahre. Auch schwierige Jahre, aber generell natürlich, wenn man so als junger Mensch dann sowas aufbricht und sich quasi neu erfinden muss und so das heimische, warme Nest verlässt, ist das natürlich eine Phase, in der man sich ausprobiert, Dinge lernt, sich in Frage stellt. Und das war schon das ganze Paket. Und generell, ich mag Wien immer noch sehr gerne und bin auch noch sehr gerne dort. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Kultur, die Kaffeehäuser, den Schmäh, das Theater, eigentlich fast alles. Eigentlich alles, ja. Ja, okay. Was wärst du denn eigentlich geworden, wenn du kein Schauspieler geworden wärst? Oder gab es da gar keine andere Option? War das schon immer klar für dich? Nee, also schon. Das war so die Priorität Nummer eins. Aber ich habe lang geliebäugelt mit Drehbuch und mir hätte auch irgendwas so im mathematischen, psychologischen Bereich Spaß gemacht. Okay. Dann schon sogar ein bisschen wie deine Rolle, die du auch spielst, mathematischer Bereich? Ja, jetzt anders. Aber ich hatte Märtyl Kahn in der Schule und ich fand das immer eine spannende Welt. Genau, in Soko Stuttgart spielst du ja die beliebte Rolle des Rikos Sander. Nach so vielen Jahren macht es da überhaupt noch Spaß, diese Rolle zu spielen und auszufüllen? Total. Ja? Immer noch. Die Figuren entwickeln sich ja auch über die Zeit und wenn ich jetzt nochmal gucke, wie Rico begonnen hat vor zwölf Jahren oder mittlerweile 13 Jahren und wie er sich entwickelt hat und er ist ja sehr speziell und auch wie er gelernt hat, so mit seinen Mechanismen umzugehen und so, das macht immer noch Spaß, die Figur da weiterzutreiben. Genau, du sagst selber, es ist ja ein spezieller und interessanter Charakter. Wo würdest du denn sagen, seid du und Rico ihr euch am wenigsten ähnlich? Uh, in fast allem. Naja, Rico hat einerseits ja so eine mathematisch-logische Hochbegabung. Ich habe vielleicht eine mathematische Begabung, eine kleine, aber ich bin nicht hochbegabt und liegt ordentlich im autistischen Spektrum. Also ich glaube, wir haben da echt wenig Schnittmenge. Das müssen, glaube ich, eher andere beurteilen. Franzi, was sagst denn du dazu? Na gut, sie verweigert sich. Ich glaube, wenig. Ich glaube, wir haben beide, wir brauchen so eine gewisse Struktur. Aber ich, sonst nicht so viel. Okay, okay. Aber wir befinden uns sonst jetzt hier inmitten vom Soko Stuttgart-Set. Wie macht ihr das denn mit den Corona-Maßnahmen? Das schränkt ja schon sehr ein und verändert auch viel, oder? Natürlich. Irrsinnig. Also wir haben ab letzten März bis letzten Mai pausiert, in diesem ersten Lockdown und haben danach völlig anders weitergedreht als zuvor mit einem ganz krassen Hygienekonzept, das sehr streng eingehalten wird. Also das würde jetzt mehrere DIN A4 Seiten lang sein. Ich glaube, da müsst ihr die Produktionsfragen, wenn ihr da Details braucht. Ich kann nur sagen, für einen Schauspieler bedeutet das, dass wir mit Maske proben, dass wir alle zweimal die Woche getestet werden. Was eben schwierig ist, mit Maske zu proben, weil du siehst nicht, was dein Spielpartner zum Teil macht. Dann drehst du es, müssen gewisse Mindestabstände eingehalten werden. Dann später wird sehr viel getrickst mit Kamerainstellungen und mit Schnitt, dass es nicht so auffällt. Die Drehbücher mussten angepasst werden. Wir haben die Figurenanzahl im Bild reduziert. Es gibt Zeitvorschriften. Und das ist natürlich, ich sage mal, das Drehen ist so jetzt nicht unbedingt vergnügensteuerpflichtig. Okay. Okay. Was fehlt dir dann so am meisten von der normalen Zeit von früher am Drehen? Na, der Kontakt mit den Leuten. Dass man eben nicht jetzt so abgespeckt rein auf so etwas Funktionales hinarbeitet, sondern auch noch so ein bisschen mehr links und rechts passiert. Und das ist natürlich jetzt nicht so gegeben. Ja, genau. Glaubst du, Rico würde in der Pandemie überhaupt noch seine eigenen vier Wände dann verlassen? Also Rico ist ja kein Hypochonder. Rico hat ein Problem mit Nähe und mit Berührung. Und deswegen wäre das für den ganz wunderbar. Es ist momentan alles menschenleer. Es gibt so ganz ordentliche Dinge. Es wird auch und ist desinfiziert. Das heißt, auch wenn er was anfasst, hat er nicht das Gefühl, es haben davor schon 20.000 Leute angefasst, die in dem Moment quasi ihn indirekt berühren. Ich glaube, der könnte damit ganz gut leben. Okay. Immerhin einer. Sehr schön. Möchtest du in Zukunft denn noch andere Filmgenres für dich entdecken? Natürlich. Also hast du bei der Soko Stuttgart noch nicht deinen endgültigen Platz in der Filmwelt gefunden? Möchtest du dich da noch ausprobieren mit irgendwas anderem? Natürlich. Also ich glaube, irgendwann wird der Punkt kommen, dass ich sage oder die Produktion sagt, dass wir getrennte Wege gehen. Definitiv. Das wird irgendwann kommen. Okay. Und in welche Richtung würdest du dann gerne gehen? Was kannst du dir noch vorstellen bei dir? Also ich komme vom Theater und das finde ich nach wie vor unglaublich reizvoll. Oh Gott, ich bin ja gar nicht so fokussiert auf ein Genre, sondern mehr auf spannende Figuren. Und auch gerne Figuren, die man über so einen längeren Zeitraum begleiten kann. Das finde ich schon toll. Also Serie generell mag ich gerne. Aber wenn ich jetzt mir das aussuchen dürfte, würde ich gerne mal ein Science-Fiction drehen. Okay. Warum genau Science-Fiction? Weil ich Science-Fiction liebe. Okay. Ich finde das immer dadurch, dass man ja relativ wenig aus der Realität klauen kann, sondern sehr viel erfinden muss und sehr fantasiereich unterwegs ist, finde ich das oft sind spannende Filme. Okay, dann freuen wir uns in Zukunft vielleicht auf einen coolen Science-Fiction-Film mit dir. Wir sind mal gespannt. Vielen Dank fürs Interview auf jeden Fall und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Stucki TV trifft.